Die letzten Tropfen ziehe ich euch ab. Ich kann die jetzt ernten. Gibt's ne Schlachterei? Hör du das? Oh, hi. Hips. Haha. Ha! Hier, das ist es. Ja. Na, na. Na, na. Oh, danke. Vellin. Vellin. Beautiful. Da-da. Na, na-tan. Na-da-n-na. Da, na-da-n-na. Włówiczy nocy. Włówiczy. Włówiczy. Spani więź. Nie so saddleź. Ups, gut. Ups, gut. Ups, gut. Ups, gut. Der Schacht ist nicht groß, Wunder. Das ist das Wasser da oben. Das ist das Wasser da oben. Dann tü-dü. Achso, Kohle kann man einfach so abbauen. Ich lasse die da mal drin. Wenn wir eine Singer haben, können wir das automatisch da wegrollen. Ja, ich baue dir ein Entwässerungsturm. Gut, das Holz oben schwimmt. Warte, pass mal. Ja, deswegen verlagere ich das Holz lieber mal nach oben. Oh ja. Ja. Schön, dass du auch an die Steine denkst. Die haben wir auch noch. Die ist für dich nicht bewusst, denn wir brauchen mehr Steine als Holz. Für mich ist es gut. Ich bin zum Kopf. Zum zweiten Mal, du weißt? Ja. 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 Was ist denn das? Bist du wunderbar? Was ist das hier? Ja. Ja. Ich hab einen Schuh. Oh, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, holt's gerettet. Ohne Sprengstoffe. Ohne Sprengstoffe. Ohne Sprengstoffe. Ich hoffe, wir hatten noch lange nicht mehr. Ich muss mir hier raus. Oh mein Gott. Ich muss es geschafft. Mit wieviel Metall können wir wieder kaufen? Fünf glaube ich. Ja, fünf. Das müsste ja reichen für unsere Erfüllung unserer Mission. Es waren nur vier Holz und viele Steine. Ein viel Platz. So, da haben wir eine gute Bouwfleisch vor. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, das funktioniert gut. Ah, das funktioniert gut. Ich muss ein bisschen sehen. Ich muss ein bisschen... Ich muss ein bisschen breiter machen. Ich muss ein bisschen... Ich muss ein bisschen... Ich muss...